Willkommen zurück zu einer neuen knalligen Folge Party Animals mit einem Mann, der irgendwie anbietet, in seiner Seitengasse Zahnfüllungen zu verabreichen. Kreis. Sehr nice. Also das habe ich auf meiner großen Indien-Tour, habe ich das gesehen. Das machen die da. Das ist da so. Ja, das ist da so. Oh, die wollen direkt Lollipop. Du kannst dir die Haare schneiden lassen. Du kannst dir die Haare schneiden lassen. Zahnfüllungen machen lassen. Kriegst du Chiropraktiker-Behandlung. Direkt aber auch auf so einem Teppich, das ist völlig surreal, wenn man sich das mal so vorstellt. Und der hat da auch so Zähne liegen, so nach dem Motto, ja, die habe ich gerade hier von... Ja, 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 ich will auch bis zu mal Zähne ziehen kann. Finde ich gut. Oder der sagt, ich habe Austauschmodell. Ja, ich denke, das ist zum Austauschen oder so. Oh ja, 53, gut geflaggt. Machen wir rein hier. Ich habe noch einen schönen Aquarium-Gelkleber, der zerläuft schön in die Füllung. Weißt du, und dann, Alter, das ist schon crazy. Ich finde heute so eine Cowboy-Kuh irgendwie, ne? Ich bin heute so ein kleiner MacDoodle. Das ist der Broke-Back-Splash-Mountain, ey. Da fahren wir hin. In den dunklen Tunnel. Das ist immer noch so dein Highlight, ne? Der Wasserpark. Wie auch von diesem Broke-Back-Splash-Mountain bist. Der Wasserpark, der hinter deiner Garage ist. Ja, egal. Es ist nass und dunkel. Also, es ist ein Wasserpark. Das ist kein Wasserpark, Alter. Das ist kein Wasserpark. Das ist irgendeine Perversion, aber kein Wasserpark. Ach, wir wollen ja den großen, den großen Lalutschka. Ey, Lalutsche. Lalutsche. Oh, die Ente, Alter. Die ist ja Sniper. Boah, wie sie mich da hochgeboxt hat. Ich habe abgekürzt. Alter, die Stangen kann man wegmachen? Wusse ich nicht. Ey, dieser hier, Goosemax-Secen. Ja, zieh an ihm. Oh, nein. Legt ihr das hin mit dem Gum-Gum? Ne, die haben den. Die haben den. Wie, der ist safe? Noch nicht, aber... Ihr müsst sie aufhalten. Nein! Alle sind im Loch, Alter, mit dem Gum-Gum-Max-Hacken. Alle sind rein ins Gum-Gum-Max-Hacken-Loch. Wir haben oben ziemlich viel kleinen Gum. Aber hier ist der neue Gum-Gum. Ich bin tot. Ich kann nicht. Alter, wir sind alle tot. Ich muss dich um den großen Gum kümmern. Bis wir wieder da sind. Ich bin wieder da. Yo. Wir haben super viel kleinen Gum-Gum-Gum. Alter, wie kann... Was ist denn das für... Ey, der Sniper alle weg. Einen nach dem anderen. Guck mal, ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn... Ich kann ihn nicht treffen. Jo, das Ding ist verloren. Ich brauche da oben Hilfe. Ne. Keine Chance. Den Mann am Hebel wegprügeln. Alter, wir kriegen so auf die Fresse. Aber sie haben einen Gum-Gum-Max-Hacken gerettet. Bei uns liegt so viel Klein-Zeug. Wenn man das mal reinwirft, könnte das schon ein enormer Vorteil sein. Aber da kommt ein Gum-Gum-Max-Hacken. Ja, mach weg. Mach weg. Ich habe hier noch viel Klein-Zeug. Das könnt ihr auch noch rein. Gummieren. Ja, nice. Das ganze Klein-Zeug muss rein. Ja, ich lege es ja schon hin. Ich bin bereit. Da Hebel rein. Boah, ich bin genockt. Jetzt noch einen dicken... Alter, unser eigener Maid ballert mir hier den Schädel weg. Ja, ich glaube, wir sind hot am Gum. Ich glaube, der ist rigged, Alter. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, ja, zieht. Komm, komm. Ich behalte mich fort. Ich behalte mich auch Schwein. Ey, der will den Hebel manipulieren. Der will manipulieren hier. Was ist los, Regenbogen? Oh Gott, er hat mich übelst weggekickt. Der manipuliert. Der manipuliert sehr intensiv. Ballert doch die Goose weg. Ey, ich kann, ich kann nichts machen. Die Goose zieht mich mit. Warum ist die Goose so viel stärker? Ballert die Goose da hinten weg. Gibt's doch nicht. Ich will ja. Die ist untouchable. Ich hab sie alle ausgedacht. You shall not pass. Die Lollipop-Gang. Wo hab ich's drauf hängen? Aber ich hab meinen Hut, den hab ich immer noch. Der sitzt da. Meinen Hut hab ich auch. Den hab ich aufgeklebt. Redemption, Alter. Ja. Ja. Bam. Schlickerei, Schlickerei, Schlickerei. Arthur Morgan. Morgan. Arthur Morgan. Oh, ich da hängen. Diddly-do. Oh, diddly-diddly-do. Diddly-benche-diddly-do. Ich spiel nur mein Band. Diddly-doddl hat mir mein Euter gelenkt. Mein Diddly-doddl. Ich hab sechs Doddl. Nein, das sind Euter. Ich hab sechs Doddl mit meiner Kreditkarte. I want some milk with my Kreditkarte. Aber die Milch kostet nur 36 Cent. Hier, nehmen Sie meine American Express. Guckt mal, die ist schwarz. Das bedeutet, ich bin sehr reich. Kreditkarten ist ja auch so ein Ding. Mein Portemonnaie ist auch voller Karten, aber da ist dann die Kick-Rabattkarte, die Kaufland-Rabattkarte. Weißt du, so von... Safety afloat? Ich weiß nicht, die Leute wollen... Lange nicht mehr gehabt. Da haben wir wahrscheinlich mit der Ichi gebahnt. Ja, wahrscheinlich. Die meisten Leute gehen auf Ichi. Oh, aber der Safety setzt sich durch. Da bin ich ja mal gespannt. Safety, da haben wir auch noch nicht so viele Wins. Nee, einmal oder so haben wir da, glaube ich, erst gewonnen. Das ist aber auch eine knackige, ne? Das ist eine knackige... Das ist eine Schwitz-Map. Das ist eine Schwitz-Map, ja. Das ist eine ESL-Pro-Map offiziell. Ich weiß jetzt nicht, ob es ESL oder Esel, aber das ist egal. Das ist ja quasi... Das ist in der Eselliga, doch. In der Eselliga. Hm? Anerkannte Eselliga ist das hier. Was sehen wir jetzt? Weiß nicht. Wir hatten hier auch schon lange keine Scheiß mehr, oder hier... Ja, stimmt. Wir hatten schon lange keinen T-Shirt mehr. Aus dem... Hast du diesen orientalischen, oder? Nee. Wir müssen anscheinend wieder nach Öl bohren. Ja, und da geht es ja auch um den Safe, also um Geld. Ja, um Geld. Das passt schon ganz gut, denn wir haben sehr viel Geld. Alter! Alter, was für eine Safe-Keilerei hier. Hier ist direkt Safe-Keilerei. Voll intensiv. Ich hab ihn! Ja! Aber ich krieg ihn nicht irgendwie... Die Fledermaus. Ja, die Fledermaus ist gedingst. Und den anderen hab ich rausgeboxt. Aus dem Leben hab ich ihn geboxt. Was ist denn los hier, Alter? Oh! Noch ein Stück rein. Ja, ja, ja. Der floated. Okay, sehr gut. Ich versuch hier ganz safely zu protecten. Oh nein! Ich bin weggerollt, Alter. Okay, einen hab ich ausgenockt. Einen hab ich ausgenockt. Ballert sie direkt runter. Ins Loch. Wieder einen weggenockt. Oh, schnell, schnell, schnell. Ran, ran. Ran. Geh doch ran. Geh ran. Ich will... Oh, Alter, dann nockt er mich. Nockt die Fledermaus und nicht mich. Ich versuch's ja. Oh, ich hab die Fledermaus genockt. Er ist noch Zittermann da oben. Ich komm nicht mehr hoch. Wo bin ich? Ich bin hier irgendwo. Der Hai hat ihn. Hi, Johnny. Alter, meine... Meine Knöchel glühen. Deine Scheichfäuste, ne? Scheich, die er float. Come on. Oh, nein. Ja, er hat nur mich gekriegt. Komm, rein jetzt mit dem Ding. Da muss der Venti... Venti muss an. Ich hab mir nochmal geballert. Ne Venti. Boah, Alter. Schöner Venti. Schöner Venti. Was ist hier los, Katze? Geh zurück in deine Roboterstadt. Oh, der Hai gibt mir einen Dropkick von ganz aus dem Orient, Alter. Gefloatet das Ding denn hin? Boah, ich bin rausgefloatet. Die Fledermaus hat irgendwie so Butterflügel gehabt. Boah. Die Wolfsfaust. Der hat so richtig ekelhafte Cremeflügel hier. Ja, der kriegt's nicht geschissen. Aua. Aua, wieso tun die das? Wieso tut ihr das, Leute? Ey, der einer, der versucht's hier. Aber Sharky, El Sharkolon. Ich geh auch noch dran. Her mit dem Gerät. Her mit dem Gerät. Ja. Jetzt mit dem Strampeln, mit dem kleinen Stumpen, Junge. Richtung, Richtung Heimat. Die Scheichs holen sich die Kohle. Die Scheichs holen sich die Moneten. Ja. Nein, wir hängen da in der Kante. Los, Scheich, Bruder. Jetzt los. Zack. Nein, es war zu früh. Was gibst du nicht? Komm nicht ran. Ich hab ihn. Zieh ihn rein. Ich kann nicht mehr halten. Der ist irgendwie mit Butter. Jetzt, ich hab ihn. Ich sag ja, die Bläderhäuser zu Butter. Achtung, Achtung. Was? Ori? Der ist noch Zitter, Mann. Orali und der blinde Wald? Orali und die dicken Stämme. Alter, Orali. Jetzt, ich hab ihn genockt. Zieh raus. Ich hänge hier an so einem blöden Karren. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, aber an mit dem. Jetzt, aber an mit dem. An. Ich geh auf Orali in der Ecke weg. Am Lappenzaun hinten. Boah, Alter. Das war eine Rasur. Ganz trocken. Alter, 3-0. Mit dem Einklingen-Gilett. Ich hab nur, ich brauch nur eine Klinge, Jungs. Ich mach trocken mit einer Klinge gegen den Strich. Das ist der Move, ey. Das stärkt, das, das stärkt die Haut. Ja, ich hab 27. Uhle, 55. Da gibt's Cookie Redemption. Der hat mal Dent, Alter. Entfernt alles. Von Kreis Industries. Nie wieder Bart. Ich hab hier so einen. Ich hab einen von Spicek. Ich hab einen von Spicek. Von Spicek mit 600 Klingen, Alter. Jetzt zieht ihr bis auf die vierte Hautschicht alles runter. Am Ende gibt ihr noch einen Impuls ab und damit entfernt er nochmal schonend. Und auch alle Nervenstrengen, die den Haar erzeugen können. Broken Arrow oder wie oder was. Ja, natürlich. Ja. Da werden die Flügel gebrochen, du. Die Leute wollen das. Die Leute wollen den gebrochenen Flügel sehen. Ich hab Tom Goose vorhin ganz kurz gesehen. Der war einmal in der Süßigkeiten-Map. Ja, der war da. Tom Goose. Wie kriegt man Tom Goose, Alter? Ich glaub, hier Broken Arrow muss irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ich glaub, 2,4 Sekunden auf dem Eis tanzen oder so ein Kram. Aber ich hab schon mal zwei Sekunden auf dem Eis gedanzt. Äh, ich mein zwei Minuten, 40 Sekunden. Das geht halt nur, wenn du dann sagst, ey Kumpel, wir machen uns den Achievement klar. Wir sind ein gegnerisches Team. Kurze Feuerpause und dann tanzen wir da einfach den Eis-Shuffle. Was nehmen wir denn jetzt? Was ist denn auf Eis gut? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht eine Eule? Eulen sind schon krass, ne? Ja, hier so... Gider? Einfach nur hier... Die braunen Eule. Einfach nur hier brownen Sugar oder was? Kandis. Ja, schon so ein bisschen Kandis. Die Kandis-Eule. Kandis, ey. Das hatte so... Die Omas hatten das früher immer hier auf dem Kaffeetisch. Da durfte ja gute Kandiszucker nicht fehlen, ne? Ich mach dir doch mal so ein Klötzchen Kandis. Alles rein, mein Junge. Kein Wunder, dass aus dir nix wird. Ja. Oh, ich glaub, mich hat's schon... Ja, mich hat's schon. Uri... Boah, mich hat's auch. Uri ist aggressiv. Auch Uri. Alter. Der hasst uns, der hasst uns. Der kriegt gleich erstmal... Was ist der Uri aus der Redemption? Ich weiß nicht. Kann schon gut sein. Oh, ey, mein Lachs ist nicht richtig gebuttert gewesen. Aber Halloween wieder vorbei. Keine Kerben mehr. Ne, aber die Karte gibt's noch. Ich glaub, die lassen's auch drin. Ja, Maps sind ja prinzipiell immer gut, wenn du einen großen Map-Cycle hast. Wieso geht er auf die Bumpe? Keine Ahnung, es war aber meine. Jetzt werf ich aber einen Lachs der Redemption. Ja! Oh, der Uri. Der Uri, er ist über... Lachst aus. Er hat ausgelachst, Junge. Oh nein. Junge, du musst dir... Da oben ist noch... Der hat ein schwarzes Auge. Der hat... Lachs! Oh, teaminterne Probleme. Ich hab... Und ich hab den Lachs, der hat ihm die Kniescheibe weggesprengt, Alter. Richtig geil. Eine Igelkniescheibe. So eine Steel-Bombe. Oh, die rollt. Alter, das war eine gute Bombe. Das war... Gern geschehen, Blau. Ja, gern geschehen, ey. Ich hab was gut bei euch. Der Doktor, Alter. Der Doktor. Doktor der Liebe. Achtung, Vorsicht, Uri. Geht direkt steil. Direkt nach Harambe, Alter. Oh, Uri hat... Aber Doppel-Knock. War ein Doppel-Knock. Was sagt das denn? Ich bin raus. Keine Ahnung, ich hatte auf einmal irgendwie so einen... Der hier... Der Pod-Reaper. Der Pod-Reaper? Nein! Oh Gott! Ich hab hier auch so einen belgischen Wind. Oh, ey. So ein belgischer... Thanos-Wind. Oh, guck mal hier. Das ist der Punkt, wo du die Bomben irgendwie gut droppen kannst. Oh! Oh, Banana-Bomb! Oh, Big... Was? Achso, das waren beides Grüne, das. Uri und der Blindmacher, Forrest. Ja, aber Uri ist raus aus dem blinden Forrest. Der Typ auch. Achtung! Aua! Achtung! Ich wollte den Hund treffen und dann... Ah, aber ich hab den Hund erwischt. Nein! Nein! Ich zappel runter irgendwie. Oh, ich wollte. Ich bin auch runtergezappelt. Und Ori kann mich, glaube ich, nie... Vorsicht! Der hat's voll auf mich abgesehen hier, der Otter-Mann. La bombe, la bombe! Oh! Oh! Rakuru? Der hat die Bombe verfolgt. Bombe Redemption. Ich muss den Otter loswerden. Mann, ich schieße auf den Otter! Lass mich doch! Siehst du, guck, was der Otter dir jetzt angetan hat. Oh, ich versuche, eine Banane da irgendwie reinzukriegen. Oh, Gott! Achtung, die Banane kommt. Pumberengo! Vorsicht, da ist eine Banane. Ist noch auf der Eisseite. Ah! Achtung, da ist eine Flitscherbombe. Ist der Affe weg? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, der ist weg. Vorsicht, da hinten ist das richtig fies zu. Das ist Eis überall. Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Elbumarango! Yeah! Die Flitscher-Banane, ab und zu so gezielte Flitscher, ne? Vorsicht! Boah! Nein! Boah, Alter, der Hai! Der Hai hat mich erwischt, ey! Anstatt sich den Ori zu holen! Boah, Alter! Und da kommt Ori um die Ecke! Und ich... Keine Chance! Dann macht er einmal hier den orientalischen Schlangenwurf Den Cobra Kick Der Hai müsste jetzt gewinnen... Ähm, ja, der Hai müsste gewinnen Ich schmeiß mal ne Bombe rein, der Lässige Aber die Kohle hat direkt weg, also Tschüss Bombe! Ja, Ori, flieg! Alle hassen dich! Damit musst du jetzt leben! Ich starte halt direkt neben... Oh, der Affe haut sich selbst raus Alter, und da machen sie Emojis! Okay, Ori, Fokus! Boah, Alter, hier Prostata! Oder wie der Hund heißt, hat mich erwischt! Der macht die große Harfen! Boah, Alter! Alter! Alter, schieß doch auf den Typen mit dem Nunchuk! Ja, das hast du jetzt davon! An mir klebt was! Da hängt ne Bombeachtung, die hab ich platziert! Ja, mit den Nunchuks ist er halt... Boah! Ey, du kannst nichts machen, Alter! Ja, mach Dropkick! Schreib mir mal, mach Dropkick! Da fliegst du doch sonst wohin hier auf der Karte, wenn du Dropkick machst, Alter! Dropkick! Alter, die Nunchuks sind halt hier drin, OP! Aber wie er da auch durchrasiert ist gerade, hui, hui, hui! Alle sind so weggeflogen, wie in so einem Asterix-Film, weißt du? Ja, aber wenn du Nunchuks hast, hast du easy gewonnen! Egal, Alter, wir haben schon doppelte Redemption! Oder was... Alter, was war das für ne... Neue! Erste Map war Süßigkeiten haben wir gewonnen! Safely Afloat haben wir... Äh, äh, Safely Afloat haben wir richtig rasiert! Da haben wir richtig rasiert! Ja, heißt doch... Du... Durunduk... Durunduk der Hai! Ubi doopi! Durunduk der Hai! Durunduk! Ich glaub, das wird ein Tunnel, oder? Ja! Aber ich find, in dem Moment... Also, wenn ich wählen könnte, fänd ich Ichiban geiler als Windtunnel! Ichibanane? Ichibananen wären geiler! So, keine Ichibanane? Von Hitchi, oder wie heißt die Firma nochmal? Hitchi, meinst du... Heißt die jetzt nicht Hitchi? Nee, Hitchler! Nee... Die hießen früher Hitchler! Ja, früher hieß die Hitchler, aber... Wurde so viel abgehitlert! Aber das war dann irgendwie... Hai hat mir schon lang nicht mehr... Boah, hast du den da? Nee, das ist ja... Ich hab hier Samoa King... Und, äh... 34er hab ich! Gibt's 32? In zwei Varianten! Oder wollen wir den... den Super Dark? Das ist ja... Vanilla! Ist das Vanilla? Glaub schon! Der wirkt ein bisschen darker, oder? Der hat ja nichts an, also... Die anderen haben alle was an bei mir, außer der... Hm... Ist die Sonnenbrille beim Hai-Standard? Stark McCool eben... Boah, warum?! Alter, ich wohnt direkt schon... Oh, der eine heißt Skillshark! Der Otter heißt Skillshark! Und deswegen hasst er mich so! Alter, ich bin tot! Der hat mir einen Schlag gegeben und ich bin gestorben! Wieso auch immer! Mit der bloßen Faust! What?! Wie geht denn sowas?! Ich hatte noch voller Ausdauer alles! Krieg einen Schlag und bin tot! Wie ist sowas möglich?! Oh! Du bist eine Bombe! Auf der anderen Seite! Eine fiese Bombe, Alter! Boah, boah! Du überlegst aber auch echt heulig! Oh, Mann! Der Doktor ist Uri! So! Katze! Katze! Alter, wenn du so einen Schlag bekommst, dass du direkt tot bist! Krass! Oh! Der hat mir in die Eier geboxt! In meine Hai-Eier! Die sehen voll crazy aus! Hast du mal Hai-Eier gesehen? In meine Hai-Hoden! Ich halte das hier fest! Ich hab die Bombe noch hingeworfen! Ah, aber die wird weggegeben! Obwohl! Ich hab keine HP mehr! Äh, keine Ausdauer! Ich hatte keine Ausdauer mehr! Ich konnte mich nicht mehr festhalten! Ach ja, die Bombe hat ja ewig gebraucht zum Zünden! Ja klar! Wir kriegen auch weniger Radius, kurze Zündschnull! Der DLC funktioniert bei uns nicht! Nee, der DLC funktioniert nicht! Boah! Flutschbanane! Werfen Lachs! Oh, der ging genau zwischendurch! Du musst aus dem flachen Winkel werfen! Dann fliegen die viel schneller! Komm jetzt! Oh, da gibt's nen Lachs! Und ne Bombe! Ich glaub, Ariel Channel gewinnt! Ariel Channel! Alles ist alles über Wäsche waschen! Alter, LeapBits war der Typ, der mich mit einem Schlag getötet hat! Ariel Channel! Da, der hier! Der gibt die richtige Keulen! Ja, die Cat gibt auch Keule! Pass auf, ey! Obacht! Katze lebt noch! Oh! Alter! Ich wollte nur nach links gehen, aber mein Charakter hat so ne große Kurve gelaufen, sozusagen, wo ich's vom Wind erwische! Oh! Oh! Das war fies! Oh! Zwei Grüne! Zwei Grüne ein Gedanke! Wir brauchen mehr Fahrradwege! Nice! Oh, Lachsi! Ich krieg ihn nicht! Okay! Da ruckelt's ein bisschen ab! Ja klar! Die müssen ja jetzt ihre Freunds wieder hochcheaten! Oh! Der Fisch! Hahaha! Er nimmt mich mitten in die Hölle! Er sollte eigentlich auf den Otter gehen, aber du hast den Otter leider geschützt! Ja, und der Otter hat sich dann gedacht, oh, bring ich mich um! Ja! Weil ich ein Otter bin! Ottersohn halt, ne? Richtiger Ottersohn! Komm, der wohnt in Otter war! Okay, der... Jetzt Otter! Ah, ne, Fisch! Ne, der flutscht einfach ins Loch! Ne, der lebt da unten noch! Echt? Ja! Oh! Die Bombe hat ihn gesprengt! Hahaha! Der Skill Shark, ey! Alter! Boah, Alter! Le Bitt, ey! Le Petit, Le Bitt! Hat mir wieder... Der wollte mir eine richtige Keule verwemsen hier! Erstmal so ein bisschen an die Seite gegangen, ausdauert und weiter... Was wählt der denn von mir?! Da sind 50 Leute, die du verprügeln kannst! Oh! Hier, beide! Alter, wie ihr ihn rettet! Die gehören nicht mal zusammen! Jetzt sind sie aber weg! Oh, oh, oh! Ich hab hier gut was weggeholt da drüben noch! Ja, da sind einige weggeflogen! Ich hab hier grad irgendein Otter noch fliegen sehen, aber... Wir gehen nicht! Alter! Ich sammel... Ich sammel... Ich sammel die Lachse! Er macht Emojis! Okay, warte! Andere Taktik! Genau! Ich bin genockt! Und der Wind kommt! Nee, du musst nah ran, sonst fliegst du auch weg! So, ich geh' raus mit ihm! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Komm! Wir gehen zusammen, Junge! Boah, Alter! Ich hab' ihn mit gepömpelt, hab' ich ihn! Boah! Der wird aber auch wieder abgesweatet! Jetzt kickt er mich aber auch direkt! Jetzt wollen sie mich alle direkt raus! Was denn? Alter! Alter, was soll das? Wieso? Was hab' ich denn getan? Ich will doch auch nur leben! Oh! Alter, und dann schmeißt er noch eine Bombe hier raus! Bist du noch am Leben? Ja, ich bin nur ziemlich weit außerhalb! Ich war kurz auf einer anderen Karte! Oh! Oi-oi-oi-oi-oi-oi! Kommt natürlich die... Weiß Katze! Oh, ich halt mich immer noch am Rand! Alter, ich hab's echt überlebt! Ich hab's echt überlebt! Oh! Boah, Alter! Gibt mir die Schelle erst mal! Kommt da rein, freut sich und sagt, jetzt hau ich das bei meinen Mates! Pst! Krankenhaus, Ralf! Na, auf hier mit deinen Emojis! Vorsicht! Achtung, Achtung! Bombe! Da ist ne Bombe! Bombe! Sehr gut! Ich schnapp mir den! Ich bin genockt! Ich bin genockt! Ich bin genockt! Versuch hier rüber! Ja! Oah! Wir sind alle weg! Du gewinnst! Ich hab noch den Hund mitgenommen! In den Tod! Boah, jetzt bin ich noch nicht abswettend, Bruder! Vorsicht, ey! Die hassen mich alle! Alter! Ich hab direkt nen... Megadampfer bekommen! Ey, Blau verfolgt mich! Guck dir das an! Ja, ja! Hau mal den Hasen da weg! Boah! Ey, das ist der Kumpel von LeBit! Ne? Also, ich glaub, die haben sich hier zusammengetan! Ey, wo kommt der... Alter, dieser... Dieser... Dieser Ariel-Typ! Wo kommt Mr. Underbite eigentlich plötzlich her? Ey, ich... Ich bin immer noch... Immer noch gelockt! Boah, ich hab das überlebt! Boermarang! Oh! Ha-ha-ha-ha! ��ала! Aha! Ah, ich hab ihn als Schutzschild benutzt! Unkontrollierbarer Boomerang! Boah, Alter, hast du mich genockt! Wir brauchen hier eine Verteidigung. Ich bin genockt. Achso, dein Hebelreiß. Dein Hebelreiß. Ich fliege. Ich bin da weg. Ich bin weg. Nee, nee, nee. Keine Chance. Auch weg. El dock, Yolon. Vorsicht, die gehen. Brutal. Alter, ich bin schon genockt. Ich kann nicht mal mich bewegen. Da haben die mich schon geprügelt. Ja, du musst am Anfang direkt irgendwie eine Rolle wegmachen oder so. Ja, aber die können früher starten. Boah. Nee, boah. Oh doch, vielleicht schaffe ich es noch. Ich komme nicht mehr hier weg. Wie soll man denn aus dem Loch wieder rauskommen, wenn man da einmal drin klemmt? Die Katze geht aber auch flöten, glaube ich. Katze geht flöten, ja. Oh ey, da sind jetzt viele flöten gegangen. Schmeißen weg, den hässlichen. Achtung, ich werfe einen Lachs auf den Hasen. Oh, jetzt in dem Moment bewegt er sich, der Banner. Den Hund. Den Hund. Oh, was? Ey, das gibt's nicht. Als könnten die die Zukunft voraussehen, ne? Vorsicht. Können sie vielleicht dieses I can look in the future DLC, von dem habe ich schon gehört. Boah. Ja, der war eigentlich für den Hund, der Lachs. Aber wie immer, es tauscht dir genau in dem Moment die Plätze aus. Der Hebel ist gerissen. Oh Gott. Oh Gott, der Hase. Der Hase gewinnt. Der Hase gewinnt mit Passiv. El Rabitino. Alter. Ach, wie sie direkt auf mich geht. Alle, alle. Oh, da bin ich, ja. Denken sich, oh, die Shark Bros sind zu stark. Ja, was ist los? Was ist los? Oh, ich hab's geschafft. Ne, komm mit dir. Guck, die stehen sogar am Rand und gucken, wo ich hochlaufe. Ja, ja. Ey, anstatt sich auch um diesen Schutzschild zu kümmern, ne? Nö, ist denen egal. Ja, aber du hängst noch gut, ne? Ja, so halbwegs. Oh, ich hab keine Ausdauer. Der Underbite muss weg. Hab ich ihn vorbereitet, den alten Underbite. Boah, ich bin genockt durch Fisch. Ja, ich bin genockt durch Katze. Halt die Wand nach oben. Keine Ausdauer mehr, hab keine Ausdauer mehr. Ich muss kurz chargen. Oh. Da, der Hund. Ich bin draußen, ich muss kurz wieder hochkommen. Boah, die Banane. Jetzt, nimm ihn. Oh, er hat überlebt. Ich bin nicht los. Der Hund hat überlebt. Ach, da liegt ne Bombe. Der Hund hat überlebt. Ich versuche ihn hier am Rand. Zieh hoch, zieh hoch. Zieh'n Hebel hoch. Ich halte ihn auf mit dem Ding. Ach, der Hund, der liegt unten. Ja, aber du wirst, ich hab schon Leute gesehen, die haben sich da so verkalt, dass sie nicht weggeweht wurden. Guck, der lebt immer noch. Oh, der lebt immer noch. Jetzt ist er weg. Der lebt immer noch da unten. Wahnsinn. Ja, ich hab nochmal irgendwas, er hat ihn getroffen. Irgendwas da unten. Bäm. Alter, das war wieder so eine Sweat-McDoodle. Ja, aber. Doch in the wind. Sehr viele Redemptions heute wieder geschafft. Heute sehr viele Redemptions, ne? So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten rache reichen Folge Party Animals. Immer schön Hashtag Hass in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschö. Grüße.